Ja hallo tschüb, heute mal wieder euer Lucky hier und ich hab heute mal ein bisschen ein Hühnchen mit euch zu rüpfen. Und zwar geht es darum, ja viele schreiben mich an wieso ich denn so unregelmäßig Videos hochlade, weil ich jetzt zum Beispiel zur Zeit ja nicht viele Videos hochgeladen habe, das letzte vor vier Tagen, das League of Legends. Und dann sehe ich, zwei haben schon wieder deabonniert, weil es geht so. Und dann wenn ich wieder ein Video mache, dann abonnieren sie mich wieder komischerweise oder kommen wieder zwei dazu. Und dann wenn ich mal kurz keine Videos mache, dann nehme ich mal zwei weg, so ungefähr. Und ja, Leute, was denkt ihr eigentlich, was ich mache? Ich habe Schule, ich habe Freizeit und so und es ist klar, dass ich da nicht dauernd Videos machen kann. Dann lage ich jetzt kurz im Krankenhaus. Dann habe ich mal ein PC neu gemacht, wie man sieht. Also ich habe jede Menge um die Ohren und ich glaube, das ist bei jedem YouTuber normal, wenn er mal ein paar Tage kein Video macht oder die mal ein bisschen unregelmäßiger kommen. Also da bitte ich euch ein bisschen um Verständnis jetzt mal richtig, weil, keine Ahnung, ich würde scheiß finden, wenn ihr dann gleich deabonniert, weil jeder hat mal ein bisschen viel um die Ohren und bei mir ist es gerade so und deswegen abloade ich ein bisschen unregelmäßiger. Aber ich denke, es sollte nicht weiter schlimm sein. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Und das nächste Video, es kommen jetzt zwei, drei Videos, habe ich jetzt auf Lager, die kommen dann jetzt auch. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen.